herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und wie schon seht heute geht es wieder mit der eschen weiter und ich würde sagen wir starten direkt in den zeitraffer rein es geht es geht es geht es geht es geht es ist Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße alle Leute, die gerade auf einer Hausparty sind. Techno-Bass forever, we are one. Der Gruß der Philipp. Ich grüße alle Leute, die gerade auf einer Hausparty sind. Ich grüße alle Leute, die gerade auf einer Hausparty sind. So, kurz zurück aus der Timelapse. Und jetzt probieren wir, ich probiere jetzt noch einmal den Abfahrhelfer. Aber ich versuche es wirklich. Beziehungsweise, ich mache jetzt die Route oder so. Ich mache vom Hof weg die Route. Und dann schauen wir, ob er die fährt auch wirklich. Beim nächsten Mal abfahren halt. Jetzt mache ich die Route. Und nachher schauen wir, ob er es auch fährt beim Abfahren. So, wenn wir beginnen. Ungefähr hier. Oh, 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 oh. Ich fahre hin, dann komm mit mir. Wir probieren einfach mal. Achso, Überführung. Ja. Wir probieren das einfach gleich mal. Aber jetzt müssen wir ihn wieder umdrehen. Einmal. Weil jetzt stehen wir verkehrt. Und dann schauen wir, ob er das macht, was er soll. Oder ob er wieder irgendeine Scheiße baut. Hier ist der Punkt, wo er anfangen soll. So. Er fährt jetzt. Ich mache jetzt nichts. Ich drücke nichts jetzt. Schauen wir, was er macht. Ja. Achso, die Hintentere rundum leuchte. Weil er schaltet sich automatisch an, wenn man einen Helfer einstellt. Aber er fährt jetzt von alleine. Das finde ich geil. Ich kann auch. Äh, zack. Ihr seht, er fährt von alleine. Ich mache gar nichts. Das ist geil. Curse-Play ist schon geil. Ah. Passt schon, passt schon. Muss ich wieder zurückfahren, abladen. Aber gut. Es funktioniert, ne? Was ist denn das? Über Traps? Schaut so komisch aus, so hell. Ja, gut. Im Prinzip funktioniert, ne? Ich brauche Geld. Und ich brauche Geld. Washea. Was war. Ihr seht. Ich brauche Geld. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, fast.